Die Kamera oder die Kamera? Es ist diese da. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hause. Na, wie sieht's aus? Boah, wir haben schon lang nichts mehr, nichts mehr sowas in der Richtung gehabt. Es ist einfach so schön gerade. Es ist ein bisschen wie Freunde treffen. Es ist ein bisschen wie Aufregung, weil wir zum ersten Mal sowas hier machen. Und das Schöne ist, wir machen ja heute, wir machen quasi unser allererstes Sub-Event. Die Subs haben das quasi bezahlt. Vielen Dank dafür übrigens. Danke für Geld. Unser Bankmanager ist heute auch mit dabei. Der möchte auch noch ein paar Worte nachher sagen. Der möchte sich bei euch bedanken. Entschuldigung, wir haben so viel gelacht. Die besten Gags sind leider alle schon weg. Ja, aber du machst dich ja trotzdem gerade wieder. Wir kriegen gerade mal ein paar an. Guck mal, man kann die Dächer abnehmen. Und wir lachen auch noch mal drüber. Ich muss ganz kurz sagen, ihr habt es natürlich schon gewusst, es ist ein Pen-and-Paper-Event heute. Aber das Ding ist, die Pan und ich, wir sind die einzigen Dorftrottel heute hier. Wir haben nämlich keine, wir sind die einzigen. Und wir dachten eigentlich, bei Funk wusste ich, der hat das schon mal gemacht. Bei Marf wusste ich es nicht. Oder war es die Hoffnung für mich, Marf? Ja. Das ist eigentlich die Enttäuschung des Abends, weil er schon Ahnung hat. Aber Pen-and-Paper ist doch auch, Mensch, ärgere dich nicht. Ein bisschen. Ach so. Ja, dann kann ich doch. Wir haben keine Ahnung davon. Und vielleicht der ein oder andere von euch hat vielleicht auch keine Ahnung. Deswegen haben wir heute quasi unseren allerersten, von hoffentlich weiteren vielen, Einführungskurs in die großartige Welt des Pen-and-Papers. Und noch dazu haben wir heute nicht nur einen Einführungskurs, sondern wir haben auch eine komplett eigens erschaffene Welt des Pen-and-Papers. Ich bin die Welt. Sie ist die Welt. Willst du dich vorstellen? Willst du dir irgendwas sagen? Nee, nee. Doch, sag was. Komm. Hallo, ich bin Leiser. Leiser? Ich habe Lisa gedacht. Du darfst mich nennen, wie du möchtest. Leiser. Leiser. Leiser sagt der Chat immer. Leiser, lauter. Leiser, lauter. Leiser, lauter. Alles. Wir haben uns immer auf Lizza geeinigt. Lizza? Lizza ist auch okay. Also Lizza. Lizza. Ja, Pizza. Machen wir Lizza Hawaii. Magst du sie sehr gern? Lizza. Niemand mag Lizza Hawaii. Ich dachte, Funk und Grong spielen Schach. Bin enttäuscht. Ist das nicht auch Pen-and-Paper? Das machen wir noch. Die Schach, das machen wir wirklich noch. Das machen wir noch. Ich habe mir original, falls für Leute, die das mitbekommen haben, mit Takes Two, der Funk und ich, die Folge in 50 Minuten, die wir Schach spielen, 50 Minuten des Grauens. Ich habe mir original danach eine Schach-App installiert und habe gegen Computer gespielt. Al, war just for fun. Schach-Matt habe ich ihn gesetzt. Den Computer. Krass. Ich war so stolz. Ich war so stolz. Ich hätte nie das programmiert sein können, wusste ich. Wow. Wir sind noch sehr lange zu uns keine. Kannst du einmal in die Fresse halten? Einmal wieder. Hallo. Oh, mein tolles neues Shirt ist runtergefallen. Oh nein. Oh nein. Achso, dieses Shirt? Dieses Shirt? Ja, was ist das denn für ein Shirt? Kannst du das mal zeigen? Der Fang macht das doch gerade. Das macht der Fang doch gerade. Guck mal. Auf seiner sexy Brust. Ja, aber... Koroll. Man sieht die Zeit. Sehr großes E, sehr große Haar. Sehr groß. Eigentlich sehr kleine Buchstaben, aber es spannt ein bisschen. Über die steifen Nippel. Völlig chaotisch. Ja, es wird einfach chaotisch. Und ich glaube, der Name passt aber auch mit Horde. Ja. Weil wir haben schon festgestellt, wenn wir hier durchgewalzt sind, wird hier alles brennen. Oh ja. Das wird alles, das ist vorbei hier. Vielleicht ist es da irgendwelche Special-Effekte eingebaut, dass vielleicht gleich wirklich alles brennt. Ich möchte, dass es blöd ist. Das war jetzt voll schnüffig. Ganz kurz übrigens, das Set, ne? Er hat das alles aufgebaut. Aus seinen Bierdeckeln, die er zu Hause gesammelt hat, hat er das alles selbst gebaut. Das Set, was ihr gerade seht, ist komplett selbst aufgebaut. Von Sven, der da drüben sitzt wieder rum, ein bisschen im Hintergrund. Ja. Genau. Der hat das alles mit Blut und Spucke, hat er jetzt zusammengeklebt. So riecht es auch. Und ich auch jetzt. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Es wird chaotisch. Es wird ganz furchtbar. Nein. Und ich bin ein bisschen nervös. Aber er kann doch auch mit der Kamera winken da hinten. Wie heißt der Nummer? Der, ähm, äh, der, nicht von hier. Ist das nicht der von der Bunte, dieser Fotograf? Der Merkwürdige. Ja, 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 ja. Guck mal her. Ich kenne den von Twitter, der kriegt immer Shitstorms. Guck mal her, Flitter. Guck mal da rein. Guck mal da rein. Ich habe eine Melone getragen. Hallo. Oh. Oh. Ein schrecklicher Film. Ganz grausel. Nein, gar nicht. Die Dancing ist klar. Ja, alles klar. Alles klar. Voll toll. So. Ja, die Frage ist, wie fängt man denn so was an? Ich habe keine Ahnung. Was müssen wir machen? Ja. Wir wissen nämlich gar nichts. Ihr wisst die Dächer abnehmen. Man kann die Dächer abnehmen. Das Tolle ist tatsächlich, es gibt nur eine Regel für den Abend. Ja. Spaß haben. Das können wir. Doch, doch, doch. Wir sind gut. Wir sind bei Allmanns. Da bin ich aber raus. Ja. Okay. Oh. Oh. Entschuldigung. Nase. Das war die Set-Deko. Entschuldigung. Der Lichttechniker ist gerade in Ohnmacht gefallen. Entschuldigung. Das ist meine Kunst. Einfach ungekühlen. Also ich weiß nicht, wer da draußen vielleicht Pen & Paper schon kennt. Wir haben das quasi komplett für euch erdacht. Das ganze System. Das ist quasi kein Pen & Paper System, das man kennt. Das haben wir einerseits gemacht, damit ihr maximal möglichst viel Spaß habt. Weil manche Regelsysteme sind halt sehr umfassend. Das ist nicht so mein Jam, wie die Jugend sagt. Also unser definitiv gerade noch. Und es sieht halt einfach geil aus. Das heißt, das ist... Ist das ein Hausboot? Ich hätte es kleben sollen. Ich hätte es festkleben sollen. Oh nein, es ist schräg. Jetzt reißt euch was zusammen. Der Kapitän. Sven, ey. Oh nein. Was tut ihr? Ich hätte es ja eigentlich auch ahnen können. Ich kenne euch da auch schon ein bisschen. Sven, du hast gesagt, ich bin nett. Von der Gruppe Dreijähriger. Es ist kaputt gegangen. Es ist nicht kaputt gegangen. Wir haben nicht gepunkt. Okay. Es geht los. Das heißt, ihr könnt alles aktiv mitgestalten. Die ganze Welt. Wenn ihr mich argumentativ überzeugen könnt, dass es möglich ist, ist es möglich. Die zweite Möglichkeit sind Schokoladenkekse. Was? Schokoladenkekse. Bestechung. Bestechung. In Form von Schokoladenkeksen. Das funktioniert. Haben wir Eier, Mehl und Milch irgendwo? Ich habe eine kleine Hintergrundgeschichte für euch geschrieben. Ja. Die ihr lauschen dürft. Ja. Oha. Lauschen. Ich bin nervös. Kronk und Pan. Euer Landvog Torbrecht hat euch als Dank für eure jahrelange Treue zu den neuen Besitzern des Gasthauses im immergrünen Tal ernannt. Das ist das Gasthaus. Das Gruß. Das gehört uns? Das gehört euch. Wow, haben wir geschafft. Können wir das vermieten? Airbnb? Ja. Ich höre auf. Also natürlich kommt ihr dem nach. Immerhin ist es ein großer Beweis seines Vertrauens in euch. Auch wenn ihr die Abenteuer vermissen werdet, freut ihr euch auf die neue Herausforderung. Das kleine Gasthaus des Landvog Torbrechts liegt sicher im immergrünen Tal. Was ist das alles hier? Das immergrüne Tal. Mhm. Das ändern wir uns. Die hohen Berge umsäumen eine fruchtbare Ebene, ein großes Waldgebiet mit reichlich Wild und einem glasklaren See, der sich aus einem Gebirgsbach speist. Es ist Frühling. Ja. Und das Dorf rund um die Festung erlebt sein hundertstes Jahr im großen Frieden. Aber das freudige Jubiläum wird von dunklen Schatten überworfen. Denn es kursieren Gerüchte, ihr seid die Schatten, dass Landvogt Siegrich, der Herrscher über das benachbarte Land, eine Armee zusammenstellt. Schweine. Ihr dürft jetzt eure Truhen öffnen und wir beginnen mit der Charaktererstellung. Ja, guck mal, erst mal die Umschläge. Ach ja, die Umschläge. Die sind versiegelt, die Umschläge. Und hier steht, bei mir steht drauf, der Werte hält grung. Bei mir auch. Ja, der ist der Helm. Da habe ich übrigens die Truhen aufmachen oder die Umschläge? Die Umschläge. Von den Siegeln habe ich übrigens die Verbrennung. Die Umschläge. Oh, oh. Ich will das gar nicht aufmachen, weil das ein Stuhl ist. Die Umschläge. Erst mal die Umschläge. Sven hat im Zweifel immer recht. Das ist richtig. Okay. Ihr könnt das Siegel ruhig aufbrechen oder da drüber. Voll geil, ne? Hübsch. Das ist voll gut. Oh, geht nicht. So. Das geht nicht so wie im Film. Nee, ich habe jetzt einfach so gemacht. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe einfach, wie man einen Brief halt öffnet. Ich habe das Siegel ganz gelassen. Dann kann ich hinterher fälschen und wieder zurückschicken. Ja, eigentlich bricht man. Aber das geht nicht. Das ist noch zu frisch. Ganz frisch versiegelt. Offenkundig. Hier steht das Wort Schwäche. Was bedeutet das? Das haben wir extra groß geschrieben. Oh. Oh, wie cool. Das sind unsere Charaktersheets. Das sind eure Charaktersheets? Bei mir ist eine Rechnung drin. Macht bezahlt heute. Konntes Spiel. Okay. Ja, das ist für die Hausbeschädigung. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und eure Gruppe quasi schon ein bisschen eingeteilt. Nice. Ich sehe halt auch echt gut aus hier auf dem Bild. Ich sehe auch richtig gut aus. Ich sehe mich. Alter Verwalter. Wow. Ja, guck mal. In meiner Freizeit bin ich Vampir. Und Bankkaufmann. Und Bankkaufmann. Du hast doch ja die Weste an. Guck mal. Ja. Richtig. Das hat man es gar nicht. Das hat immer ganz gar nicht. Ich sehe halt, guck mal hier. Und du hast deinen Feldumhang. Zeig mal eins. Ich habe auch Feldumhang, ja. Und wir sind Gasthausbetreiber. Wir sind auch die Pornostars. Naja, was ihr mit dem Gasthaus macht, ist ja euer Ding. Ja, Mann. Wir stellen Elfen ein für günstig. Gibt es Pornopennen-Papers? Wir haben da Ideen. Ja. Ihr dürft machen, was ihr wollt, solange ihr mich überzeugen könnt. Ja, okay. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, um eure Gruppe quasi aufzustellen. Voll schön. Entschuldigung. Was? Nein. Es ist wirklich schön. Ja, ich habe ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist. Entschuldigung. Ich bin ruhig. Okay. Ich hatte Schnauz. Ihr dürft euch jetzt gleich alle Namen ausdenken. Ja. Ihr dürft auch eure Namen verwenden, die ihr quasi habt. Ihr dürft eurem Charakter aber auch einen neuen Namen geben, wenn ihr lieber mal Herbert heißen wollt. Herbert. Der ist schon vergeben. Dazu können wir jetzt die Truhen öffnen. Genau, da sind die Stifte drin. Ah. Und? Oh, eine Spielfigur. Und die bin ich? Oh Gott, kriegt man das? Oh, kein Scheiß. Oh mein Gott, ist das geil. Moment. Kann man das mit der Kamera einfangen? Könnt ihr so weit ranzoomen? Bei mir macht es schon, wie ich so blöd bin. Wie macht man in Ruhe? Alle schauen auf die Figur. Mein Schloss geht nicht auf. Das ist voll geil. Oh, wieder zugegangen. Alter. Oh mein Gott, ist das cool. Das ist voll geil. Das ist auch kein Zufall, dass sie aussieht wie du. Die wurden tatsächlich individuell erstellt. Die sind handgefertigt? Von Sven. Nein. Hat er ganz der Lleis über uns? Heck, man. Ich habe das Design gemacht dazu. Nein. Und die Mairie Stritter von Orkenspalter, die hat die dann gedruckt und bemalt. Heilig. Das ist voll geil. Das ist richtig geil. Schwierig zu sein, die zu bemalen. Alter. Gut sie aussieht. Guck mal. Da muss aber jemand sehr kleine Hände haben. Ja. Sven, hast du super selbst gemacht. Hast du super selbst gemacht. Das wäre einfach. Wie gesagt, ich habe die nur designed und die Mairie hat die angemalt, weil ich könnte die nicht bemalt. Oh mein Gott, ist das cool. Aber ich bin auch geflasht, wie man so eine Feinarbeit sieht. Ja, vor allem mit dem Blumen hier auch. Hammer, ne? Ja. Ich übe schon mal für nachher. Sag mal kostenlos. Unglaublich. Hey, wir haben dich nochmal so in Einzelteilen zerhackt und so. Das ist so lieb. Dankeschön. Auch handgemalt mit Liebe so. Boah. Aha. Ein Anspitzer. Ja. Das ist der Oberknüller, ey. Ein Radiogummi. Ich gehe jetzt mal schwinden. Tschüss. So. Würfel, glaube ich. Euer Würfel. Oh Gott. Okay, hier ist eine Münze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin reich. Warum man mich hier hingesetzt hat. Ja, wir sind hier die Randgruppe. Was habt ihr für Münzen? Ich habe so eine, hier. Ein Gäuen. Ich habe einen Gäuen verdient heute. Mist, ich wollte die Münze für mich selber machen. Die sind sehr wichtig. Ja, die sind. Ja? Ja, ich erzähle gleich mehr zu den Münzen. Schicksalsmünzen. So ähnlich. Ich würde es dir gerne zeigen, aber man sieht das, glaube ich, nicht. Also wir hätten vier Klassen für euch. Ja. Marv. Ja. Bankkaufmann. Du bist ein Dieb. Ja. Ein Bankkaufmann. Ein Bankkaufmann. Ja, ein Bankkaufmann. Das war sehr gut. Kredit nicht bewilligt. So. Okay, mein Name. Funk. Du bist ein Zauberer. Ja. Das wundert mich auch nicht. Ein Zauberer. Du bist ein Zauberer. Du bist unsere Heilerin. Ich bin immer Heilerin. Heilerin? Achso. Geil. Juhu. Du bist ein Krieger. Ja. Erst mal den Marv den Kopf verpacken. Nice. Du Dieb. Aber ich spiele immer Solo-Heilerin. Das heißt, ich heile keine anderen. Ich heile immer nur mich. Ich habe mir... Oh. Also nicht gut. Ich habe mir in den letzten Wochen sehr viele eurer Streams angeschaut. Und es sind ein paar Überraschungen für euch versteckt. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, Gott. Was ist der Vorteil, wenn es alles für euch geschrieben ist? Ich habe zum Glück nur ein Stream oder so. Da kann ich nicht mehr bei euch kommen. Marv. 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 Kennt uns ein paar Jahre. Verdammt. Intelligenz, ja. Schon vorhin. Also genau zu den Punkten. Ihr habt 50 Punkte zu vergeben. Marv, für dich als Dieb ist Mut sehr wichtig als Kleinert. Kronk, für dich als Krieger ist Stärke sehr wichtig. Ja. Fang, für dich Intelligenz und Geschick. Ich weiß. Und Pan als Heilerin solltest du auch geschickt vorgehen. Ihr dürft jetzt insgesamt 50 Punkte vergeben. Wichtig ist maximal 14, mindestens 5 auf jeden Wert. Ich wollte Intelligenz. Erklär es nochmal, den Marv, der Punkt. Mindestens 5 auf jeden Wert. Die Sache ist, wir werden nachher, wenn ihr zum Beispiel sagt, wenn Marv sagt, ich möchte dem großen Typen da eine runterhauen, dann sage ich Marv, würfel mal auf Mut. Je höher der Wert, desto besser. Weil wenn er 14 auf Mut hat, das ist der höchste Wert, den er haben kann, und ne 13 würfelt, hat er Erfolg. Genau. Und alles, was drüber ist, ist dann quasi, also wenn du 20 würfelst, ist scheiße. Das heißt, je höher der Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Probe erfolgreich ist. Also 14 ist Maximum. 14 ist Maximum. Okay. Und wir haben 50 Punkte insgesamt. 50 Punkte zu vergeben. 14 ist Maximum. Schade, kann ich mir gar keine 20 mehr stärker geben. Für mich ist... Genau das ist der Clou, weil sonst schreibt man sich 20 hin und dann muss man gar nicht mehr würfeln. Ja, das wollte ich gerade. Da fehlt dir mir der Spaß hier. Das wollte ich gerade natürlich wieder, aber na gut. Und 5 Minimum, ja. 5 Minimum. Gut, zu wissen. Also du darfst leider nicht bei Intelligenz 0 schreiben. Ja. Ich hab mal so einen richtig schlechten Zauberer. Hallo, ich bin Zauberer. Ich hab Intelligenz 5 gemacht, aber... Ist das Ihre Karte? Nein. Verdammt. Genau so. Genau so. Das ist gut. Wollten wir auch bei Geschicklichkeit 0 eintragen. Das ist mir auch gut. Also als Dieb so. Sehr mutig. Aber so. Oh nein. Wie? Ich konnte es nicht klauen. Ihr könnt ja nachher die Truhen einfach runterlegen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann habt ihr mehr Platz. Ein Ratze für mich. Cool. Ihr könnt ja die Münze rausnehmen dann und dann... Jetzt mal radiert. Ich brauche einen Taschenrechner. Ja, ich bin auch... Nein, keine Sorge, da kommt nichts mit der Zahn. Da kommt nichts mit Mathe. Da mache ich mehr drauf. Ganz schlimm. Da kommt nichts mit Mathe. Die weiteren Sendungen verschieben sich um 10 Stunden. Es tut uns ein bisschen leid. Ihr habt Radiergummis. Habt ihr seit der Schule kein Radiergummis? Ich hätte hier auch noch so kleine Blätter. Da könnt ihr dann rumrechnen, wenn ihr wollt. Ja, bitte. Der Bankkaufmann wieder. Klar, der Bankkaufmann wieder. Das muss alles ganz akkurat sein. Sag mal, sind die Stärkepunkte auch staatlich verzinst? Von wegen ihrer Immobilien, ja? Das steht hier alles im Weg rum. Das darf hier nicht stehen. Das muss erst mal genehmigt werden. Das muss erst mal genehmigt werden. Genau, richtig. Was denn? Läuft doch. Platz. Und ich war nervös. Ja, ich war nervös. Kommt in den See. Nein, nein, nein. Was? Ja. Er hat so gefährlich über die Häuser manövriert. Die Kiste. Geschicklichkeit Null, Marv. 29, ja? Dann wären das drei. Ach nee, man kann ja maximal 14. Bitte leise rechnen. Man kann ja maximal 14 machen. Genau, 14. Genau. Also, ich glaube, die Werte sind alle selbsterklärend. Ihr habt Intelligenz, Mut, Stärke, Geschicklichkeit. Charisma heißt, wie überzeugend ihr auf andere Menschen wirkt. Natürlich. Oder Nichtmenschen. Oder, oh. War das ein Hinweis? Oh mein Gott. Nichtmenschen, meine Lieblingsrasse. Dann muss ich da aber nochmal korrigieren, ja? Okay, okay, okay. Wir sind gleich durch, ne? Also, das kann nichts. Naja, ihr müsst nichts ausrechnen. Ich bin vorhin in der Klassenarbeit gerade. Nicht abgucken. Ich bin Dieb. Ich habe bei mir auch wirklich Zauderer hingeschrieben. Zauderer? Ach, Zauderer. Wunderbar. Genau, falls ihr schon... Ach, ich lasse euch jetzt fertig rechnen. Okay. Also, zur Not, ich habe auch nochmal Kopie... Also, noch zwei... Alles gut. ...exemplare für euren Bogen. Ehrlich? Aber dann ändere ich aber was. Ja, natürlich. Dann kommt der Mut doch runter. Okay. Also, ich glaube, ich habe es soweit durch. Ich hoffe, das sind 50. Du wolltest doch jetzt nur sagen, dass du als erster fertig bist. Fertig, Frau Lehrerin. Welch nervös, ich habe keinen Kopf richtig. Ich bin so dumm. Entschuldigung. Ich bin so scheiß nervös. Alles gut. Alles gut. Aber wenn du was falsch machst, kann man später... Nicht gucken. Ich guck gerade auf den... Nicht gucken. Der Chat sagt vor. Ich bin nicht klug. Armer Sven? Hä? Ja. Kleide. Weil Marv da vorne bei der... Das muss hier nicht hin. Das muss hier hin. Dann machen, was ich will, hat die Lizza gesagt. Können wir den Marv irgendwie zum Buffet hinstellen? Das war einfach... Ein großer Komet rast auf die Erde. Das ist ein trafes Tod. Schön. Ich habe 40 oder 50 Punkte zu vergeben? 50. 50 ist viel zu viel. Das ist schon ganz schön viel. Das ist wirklich viel. Du musst nicht alle vergeben. Achso, oh. Oh Gott. Haben welche übrig bleiben? Was dann? Danke. Ja, nix. Dann sind sie einfach weg. Dann sind sie weg. Dann... Nennt ihr euch anders, oder? Anders. Da bin ich noch gar nicht. Ich bin noch beim Rechnen. Das ist so schrecklich. Sag mal, Chat, habt ihr ein paar Namensvorschläge gerade? Das ist eine gute Idee. Ich brauche Namensvorschläge. Ich wollte mich jetzt nicht Gronkh nennen. Hast du einen Namen? Ja. Wie heißt du denn? Willibert. Willibert der Zauberer. Ja. Okay, schreib mir das mal auf. Der Zauderer. Willibert der Zauderer. Wäre es okay, wenn ich mit Lopfort nenne? Ja, mit Lop. Erlaub ich. Ulf. Alles gut. Alle schreiben... Ihr schreibt doch nur Ulf, weil der Chat Ulf heißt. Ach, daher kommt das? Ja, daher kommt das. Ulf Bert. Aber Ulf Bert ist auch eher so ein Zauberer, ne? Alles mit Bert ist Zauberer. Ja, finde ich auch. Wie heißt denn den Krieger immer? Jörn. Jörn. Jörn klingt gut. Jörn. Jörn. Ich hoffe, dass... Ich habe mich Lysatria genannt. Oh. Oh. Das ist kreativ. Lysatria ist schön. So heißen meine Charaktere immer, wenn ich nicht will, dass man nicht erkennt den Spiel. Schmiro-Watze anzustrecken. Wie wäre Mardan? Als Krieger? Mardan. Mardan? Mardan. Ne, das hört sich so zart an. Ich brauche irgendwas, was richtig in die Fresse geht. Moppelpups. Kein Nicke. Genau. Moppelpups. Moppelpups. Moppelpups der Krieger. Moppelpups. Ich bin Krieger. Mö. Oh, ich hau dir eine rein. Wenn ich darf. Wenn ich darf. Also darf ich? Also ich frage. Oh ja, das nehme ich. Bin sehr höflich. Hast du jetzt beim Chat geguckt? Ich habe jetzt beim Chat geguckt. Oh. Du musst meine Brille die ganze Zeit dafür aufziehen. Ich sehe gar nichts. Scheiße. Ich mache aber eine Mischung aus dem, was ich gehört und aus dem, was ich gelesen habe. Ihr gebt euch jetzt allen... Ihr gebt euch jetzt... Du kannst Marv bleiben. Einfach nur Marv. Marv. Einfach nur Marv. Ja. M. Das ist wirklich... Ich bin ganz klar der Kreativste am Tisch. Ich nenne mich... Nenne ich doch Snarf. Oder gucke ich die Fresse. Snarf. 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 Und du kannst auch nur das eine Wort sagen. Snarf. 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 Gehen wir da rein. Snarf. Dann muss ich die mit der Intelligenz noch runter. Sehr kluge Dieb. Also ich bin Bronco der Brachiale. Schön. Ich bin Bronco der Brachiale. Das ist gut. Ja. Brachial fand ich gut. Ja. So. Okay. Das heißt nicht, dass ich drauf haue. Aber wie wird das ausgesprochen? Lysadria. Also Lysadria. Genau. Alles mit Y. Genau. Dann habt ihr unten noch Stärke, Schwäche und Hoppy. Also ihr zwei wisst schon, ihr wart mal Abenteurer. Ja. Ihr habt ein Gasthaus geerbt. Ja. Ihr dürft euch überlegen, woher ihr die beiden kennt. Ich hatte mal was mit dem. Ein paar Ideen zu geben. Ich hatte mal was mit dem. Wuhu. Wuhu. Okay. Eine Stärke wäre zum Beispiel, kann gut mit Tieren. Eine Schwäche wäre, hat Angst vor Spinnen. Mhm. Ein Hobby wäre, Drachen zähmen. Oder sie. Ja. Alles klar. Und? Das sind quasi einfach Sachen, die müsst ihr nicht ausspielen. Aber es hilft euch ein bisschen zu entscheiden. Mehrere Schwächen sind auch möglich? Mehrere Schwächen sind auch möglich. Wie lang geht die Show nochmal? Meine Stärken sind Überstunden. Wir können da aufschreiben, wie viel und wie viel wir wollen. Genau. Und was auch. Genau. Wenn ihr jetzt auch beim Spiel quasi merkt, okay, ich möchte, dass mein Charakter Angst hat, über einen Fluss zu gehen, dann könnt ihr das als Schwäche im Nachhinein noch hinschreiben. Das ist quasi wirklich eher so ein loser Anhaltspunkt für mich, wo ich euch die Schwäche reindrücken kann und ein loser Anhaltspunkt für euch, wo ihr eure Stärke ausspielen könnt. Nicht, dass ich euch was reindrücken würde. Niemals. Dürfen wir auch mehrere Hobbys haben? Ihr dürft auch mehrere Hobbys haben. So. Wie der ganze Tisch wackelt, ne? Ja, ich drücke mal so krass. Machst du dir auch Sorgen um die Häuser? Ich sehe den Wachtturm gleich schon im Meer versinken. Nein, mach es nicht. Bitte fass einfach nichts an. Ich fasse nichts an. Das ist, wie ich spiele. Aber es sieht aus wie Spielzeug. Man kann damit bielen. Naja gut, Sachen versinken halt im Meer. Werke gewinnt immer bei vier gewinnt. Ich glaube nicht. Ich glaube ja wohl eher nicht, ne Freundchen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mhm. Kann ich bei Stärke reinmachen, reinschreiben, macht oft Crit Damage? Hase, ernsthaft? Kann ich bei Stärke Gottmode einschreiben? Die Frage ist, kannst du mich davon überzeugen? Guck mal her. Überzeugt. Okay, ähm, meine Schwäche. Kann auch gerne was Lustiges sein. Ja, lustiges. Mir fällt nichts Ernstes ein, das ist das Schlimme. Das ist okay. Mir fällt nichts bei Stärke ein und das ist sehr bezeichnend. Ja, Stärke ist auch das Schwierigste bei mir, ja. Früher bei den Bewerbungsgesprächen so Schwäche wurde dann immer so versucht, witzig zu sein. Ich habe Angst vor Maden. Oh, schön. Das schreibe ich mir auf. Ich wollte nicht Mäusen schreiben, weil wir werden bestimmt gegen Ratten kämpfen müssen und dann wird die mir das nämlich... Was, gegen Ratten? Das ist ein RPG, da müssen Ratten drin sein. Das wäre fünf, fände sie so abwegig. Riesenratten im Keller vom Gasthaus. Wer würde denn fünf Ratten gegen dich schicken? Okay. Ey. Vielleicht. Das kann sein, ja. So. Was, das machen wir anders. Das formuliert mal unbedingt. Kann ich noch einen Zettel haben für weitere Stärken? Nein, alles gut. Alles gut. Ich habe keine Fragen. Setze ich mich auch hin und sage, alles, was ihr mich überzeugen könnt, geht. Ja, nun, das werden lange Gespräche. Chat, habt ihr noch Ideen für Stärken oder Schwächen, die wir uns aufschreiben können? Ja, bitte. Das ist mein Mann. Sehr gut. So, warte. Mal gucken. Die Sucht nach Lut. Oh ja. Oh. Kleptomanie. Das muss ich. Ja. Das muss ich reinschreiben. Das stimmt, du bist der Dieb. Jeden muss klauen. Das ist eine Schwäche. Oder eine Stärke. Ist das eine Stärke? Ist das eine Stärke oder eine schlechte Schwäche? Wenn du es gut kannst, ist es schön. Machst du dann einen auf Elster, alles, was plinkt? Oh. Mal. Furztständig. Komm, das machen wir uns alle auf. Nein. Schreib das mit dir auf. Das wäre lustig. Bei Stärken. Bei Stärken. Nein. Ist das eine Schwäche? Ich könnte in der Waffe sein. Ich wollte gerade sagen. Alles in der Mappludierenden-Sitz. So großartig. Frauen befriedigen. Funk. Schnell. Warte. Schon wieder ich. Hobby oder Stärke? Ich weiß nicht. Ist eine Schwäche. Frauen. Alles schwierig, wenn man die Insider nicht kennt. Ja, das stimmt. Meine Formulierung ist einfach die geilste. Aber du wirst wissen, was ich meine. Okay. Sag mal, sind die Kirschen da echt oder ich habe gekriegt? Nein. Hobby-Datenbanken. Sven. Wie die Kirschen sind nicht echt. Ich habe mich voll in Schale geworfen. Okay. Okay, ich mache jetzt mal. Weißt du was? Ich mache das mal. Stärken. Ich bin gespannt, wie das ausgespielt wird. Ich auch. Ich hoffe, ich kann das alles noch lesen. Ja. Ich habe deep and shit reingeschrieben hier. Bei Schwächen. Stärken. Wir hätten auch Schreibmaschinen nehmen können. Ich wollte ja eigentlich so eine Fee da mit Tinto. Gott. Nee, nee, lass mal. Das war dann. Ja, das könnte, das ist ein schönes Hobby. Oh Gott. So. Also entweder einer von euch ervorsagt bei mir Hitzewallung oder ich sitze echt nah am Kamin. Ich sitze echt nah am Kamin. Dein Rücken brennt. Du wirst nachher auf dem Rücken auf den Boiler, Alter. Ziehen wir dann so. Warte mal, ich drehe mich mal ein bisschen. Im Vorbeigen auch ein bisschen würzen. Oh, schwächer Abergläubisch ist auch gut. Komm mal, einer nach vorne. Sven hat auch was, dich zu drehen. Das ist super. Oh, verdammt. Ein Abergläubischer Dieb. Ich darf den Priester nicht bestehlen, aber es glitzert. So spät. Voll geil. Ja, so. Aber ich weiß nicht, wie man Abergläubisch... Abergläubisch. Habt ihr noch eine Stärke? Irgendeine Stärke? Was hängt da bei Gronkh hinten am Stuhl? Ach so, das ist ein Kopf. Ein Lauf. Das ist mein Unterwegs-Täschchen mit Igel. Oh. Das ist total cool. Und mach so. Ja, weg. Es glitzert. Da sammle ich mal Loot drin. Stärke Stuhl. Okay. Also, was meint ihr jetzt genau? Wenn man auslegen, wie man möchte, ist es immer eine Stärke. Manche... Stärke Stuhl. Das kann man so oder so sehen. Das ist super. Stärke Stuhl. Okay. Ah.